Ja, hallo zusammen. Heute bin ich in Petrol mit einem wunderschönen Fake-Four-Jäckchen. Also natürlich Wehpelz, aber wahnsinnig toll gemacht. Schaut mal, wie das hinten ausschaut. Also einfach nur genial. Nicht wundern, die Hose ist leider ein bisschen zu lang für mich. Aber ich habe gedacht, die muss ich jetzt sofort anziehen und euch zeigen. Ist eine schöne Palazzo-Hose. Ja, müsste natürlich gekürzt werden. Nur damit ihr wisst, also ich weiß, dass die zu lang ist, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Ich habe eine tolle Bluse dazu an, in demselben Farbton. Ist alles von Exterieur aus Italien. Und ich finde es also mega, mega schön, diese Farbe. Ihr könnt natürlich, also das ist jetzt die Hose, die ich anhabe. Die hat ihren Verschluss hinten und ist eigentlich saubequem. Ist ein wunderschöner Panetsamt, der so changiert. Also, ja, einfach ein Auftritt. Und dazu habe ich eine Hülle. Wenn man so komplett haben möchte, kriegt man die dazu. Und kann dann eine schöne Bluse drunter setzen. Man könnte auch meine Bluse jetzt dazu anziehen, weil das die selbe Farbhöhe ist. Finde ich aber ein bisschen langweilig. Ich würde irgendwie entweder schwarz oder ein schönes Silbergrau dazu anziehen, dass es ein bisschen die Farbe abhebt. Es gibt einen tollen Wollmantel, den könnte man auch dazu anziehen. Der ist jetzt ein bisschen sportlicher mit der Kapuze und diesem wunderschönen Stitching. Also, ganz toll gemacht. Ist vorne zum Schließen mit dem Druckknopf, damit man also zumachen kann. Ist aber wirklich so eine Bademanteloptik heuer total angesagt. Wunderschönes Wollmaterial. Also wirklich ein Träumchen von einem Mantel. Ich habe natürlich auch hier von Herzensangelegenheit eine sehr schöne Bluse, die man jetzt auch hier drunter machen könnte in Seide. Die ist jetzt extrem lang, also was für große Frauen. Und hat wirklich auch Volumen. Es hat einen langen Arm und hinten nochmal so eine Falte. Also wirklich toll von der Farbkombination auch. Auch zu diesem Petrol finde ich es gut. Wer eine schöne, cremefarbene Hose möchte, wer ein bisschen kleiner ist, ist die ideal. Die hat oben so ein bisschen Buntfalte und einen sehr schönen Gürtel. Also sitzt sehr, sehr gut. Ist wirklich was für kleine Frauen und auch was für schmälere Damen. Ja, und dann darf natürlich von Julie Affaires keine Kette fehlen hier in diesem wunderschönen Horn. In diesem cremefarbenen Ton mit der Lederquaste unten dran. Also ein absoluter Hingucker auf jedes Outfit, das ich euch jetzt hier zeige. Tolles Teilchen. Ein toller Boxi-Pulli, also kürzer geschnitten, mit einem Dreiviertelarm in einer Wolle. Auch wunderschön auf diese schlichten Hosen oder auch auf meine Panelsamthose. Aus unserem Mikromaterial gibt es wieder tolle Blusenformen. Hier die zum Beispiel. Also wer es einfach gern mal hochgeschlossen möchte, ist es eine wunderschöne Bluse mit diesem tollen weiteren Arm. Und dazu also tolles Teilchen. Dazu kann man natürlich wieder eine schöne, ganz klassische, kürzere, also was für kleinere Frauen Hose bekommen. In diesem Taubenblau finde ich auch eine tolle Farbe heuer. Es sind einfach mal ein bisschen neue Varianten, die wir so noch nicht hatten. Passend dazu habe ich natürlich eine schöne Seidenbluse von Herzensangelegenheit mit diesen Fransen an den oben am Kragen und auch hier unten an der Manschette. Also wirklich eine tolle Geschichte. So all over in diesem Ton ist eigentlich was ganz Edles. Es gibt aber auch von Bloom eine, die sehr gut dazu passt. Die ist jetzt wieder weiter geschnitten und hat diesen weiten Arm mit dran. Also wenn ihr ein bisschen mehr seid, ist die ganz, ganz toll zu diesen ganzen Outfits. Die Schwester von meiner Bluse ist die hier. Die hat oben so einen schönen Stehbund, also ein bisschen sportlicher, auch ein Bündchen am Arm. Aber selber Farbton könnte man also auch sehr, sehr gut hier unter mein Outfit anziehen. Und dann habe ich noch eine Schwester von meiner Jacke. Das ist so ein richtiger Bomber, aber natürlich ein ganz edler, auch aus Italien. Die machen also nur Wehpelze, diese Firma. Und ich finde, also wenn du das schon anfasst, willst du das gar nicht wieder ausziehen, weil das so angenehm ist. Also wirklich tolle, tolle Teile. Wir haben die nicht so viel, weil die relativ hochpreisig sind. Also wenn ihr sowas möchtet, bitte ruft uns an oder schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns riesig, wenn ihr Interesse für diese Sachen habt. Ja, die Jutta. Ciao, ciao.